Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft AnnoStyle. Wir sind hier bei unserem Häuschen ja stehen geblieben und was wir machen wollten war auf jeden Fall erstmal unser Eisenweite einschmelzen, wovon wir unwesentlich viel gefunden haben. So und dann wollten wir auch Holz schlagen. Denn davon brauchen wir noch ein bisschen mehr bis hin zu ganz viel. Ist das hier Eichenholz? War das Eichenholz? Eichenholz? Ups. Nein. Schwarz Eichenholz, das wollen wir aber nicht. Wir wollen das normale Eichenholz. Gib mal Eichenholz. Oh, Eichenholz. So, dann kloppen wir hier mal fröhlich ab. Aber da brauchen wir das, da brauchen wir wohl das schwarze Holz. Und noch. Jaaa. Oder wir machen das äh, farblich, äh, variabel, whatever, keine Ahnung. Ich weiß grad nicht, wie die Phase ist, wenn wir so richtig... Ähm... Warte mal. Ich mein... Eichenholz brauchen wir trotzdem. So, ich hau das hier mal noch weg. Ja komm, dann machen wir mal ein Stack Eichenholz und dann... Wieso sind denn das alles so ne Megabäume? Das geht mir auf den Sack. Und wir juckt grad die da drin. Das hört einfach nicht auf. Das hört auf. Er hört nicht auf. So, äh... Shadow... Shurken? Shurken? Whatever. Äh, ne? Hat äh... Gang gejoint und so. Äh, John, 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 John. Da unten sehen wir die Übelsgrünhäuser von German Architects. Die sind schon äh... Geil. Muss man sagen. Ja. Definitiv. So, wir gehen hier mal hoch. La, da ist schon die erste. Ich glaube, wir können jetzt auch mal Eisen-Sechze bauen. Aaaaah. Guck mal jetzt Eisen im Überfluss, alter. Geil. Boah, geil. Boah, geil. Boah, geil, Eisen. He. So, ab nach da oben. Na, können wir auch noch mal ein paar Bäumchen wegklubben. Hör mal, boh. Lager mit. Mhhh... Na, leh. Lalalalalala. Bis wir ein ganz Deck voll haben und dann, äh... Gehen wir noch mal ein bisschen von diesem komischen schwarzreichen Holz kloppen. Alter, von brauchen wir noch ein bisschen Hör mal. So, den und hier noch mal runter. Lalalalalala. Zuck, zuck. So. Böösen. Ach, hier ist... hier sind Kletterschno. Hier ist wieder so ein Mega-Baum. Da, wie hier irgendwie kann man drauf tun. Mega-Baum, weil die Nerven. Ich finde die Nerven. Partou. Ähm. Mhhh. 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 Hä.. Mhhh. den hier vorne so was schon mal berufen äh die Bisse na 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 siehste jetzt haben wir 60 äh holz holz hier haben 60 holz so äh 22 Eisen die gehen wir mal mit dann essen wir mal was hu und gehen mal eben gucken wo wir noch von diesem äh von diesem holz da da brauchen wir noch was von ja müssen wir mal gucken ob wir davon was finden so lala aber das sind wie sind das jetzt alles so andere Stämme nicht mehr dieses schwarze wo kriegen das her jetzt noch ja sonst machen wir halt da einen farblichen Unterschiede dann ist das ebenso ja komm gönn dir das machen wir so gönn dir dann sind oben die Balken ein bisschen her farblich und so ne abgestimmt oder auch nicht Feldkontrast moderne Kunst und zum Beispiel ich meine hier wird noch weiter kann das sein ja ich glaube ja na 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 wir bauen die Stämme jetzt mal so da draus also kloppen wir den hier weg na 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 und da verdienen 3 ja fällt auf was kann ich haben wir äh und so hier rück haben wir hier so da so 1 2 1 2 3 guck mal hier könnten wir ja auch den machen balkon und hier zwei kleine oder wollen wir hier ne komm hier machen wir den Balkon ran alter yo geile idee hier hier selbstloch stinkt und so aber ne doch hier kommt ein Balkon oder wollen wir noch ne dritte doch wir mal eine dritte etage noch und da machen wir den Balkon rauf hey hier ist ein Balken ne ist ein Balken 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ey da wird das riesig 1 2 3 1 2 3 genau und hier nochmal den hier mal wieder weg da go 1 2 3 1 2 3 denn hier den 4 müssen wir so machen ne ist das richtig haben wir so gemacht unten ne äh 1 2 3 ja den 4 haben wir rüber gezogen ne jo jo 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ja, da brauchen wir ja noch eine Menge, eigentlich nur als alter Schwede. Oh, wie shit. Sind hier irgendwo Saplings gespawnt? Nö. Krass. Da ist einer. Einer ist aber auch ganz schön wenig. Da ist auch noch einer. Müssen wir gleich wieder anpflanzen, dann müssen wir den ganzen Hang hier bewallen, ey, krass. Das war gekonnt. Pro Gaming und so. Was ist jetzt? Achso. Alles gut. Ich musste einmal kurz und so. Weiß schon, was ich meine. Wo haben wir denn noch Holz? Da haben wir auch noch Holz. Dann machen wir mal jetzt mal den weg und den und prügeln wir uns hier fröhlich durch die Brotelchen. Ja. So machen wir das. Hier nochmal weg. Weh, ich will da nicht runterfallen. Hier nochmal weg. Da weg. Hier weg. Ach ja. Aber dann, Alter, dann ist das dreistöckig das Haus. Quasi mit Keller vierstöckig. Alter Schwede. Krass. Ich kann da gleich mal gucken. Hier mal gucken, ob der, äh, wer hat der Herr von, ähm, sag mal schnell, wie heißt der noch gleich? Ähm, Perilex, der schon weitergebaut hat. Das würde mich mal interessieren, weil, nö. Okay. Man muss ja wissen, was in seinen eigenen Gefilden so los ist. La, 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 la. So, wir verbrauchen auf jeden Fall noch Steinexe, damit wir uns dann das nicht so rumfliegen haben bei uns. Dann können wir uns nicht gleich, äh, schöne Eisenechse machen. so den baum auch noch wo ich muss man ja man dankeschön für die sonne ist mir ja voll forsten unsere tümmermord wäre jetzt geil lebt bei sonnenbäumen hier auch herzlich wenig oder kann das sein bei diesen komischen chernobyl bäumen mit verwachsungen und was nicht alles tja haben wir heute mal ein bisschen holzfäller simulatoren 2015 ist ja auch mal was schönes gibt es übrigens wirklich den woodcut simulatoren das ist so schlecht ich hab das ding auf mir bei steam mal und so weil let's trash aber selbst dafür war das zu schlecht das ging gar nicht klar das war echt so was vom buggy ne das ist richtig hardcore gewesen das noch ab und da hinten noch ab so haben wir auch schon gleich wieder ein stack zusammen sehr schön so ähm holz her damit geben wir das holz so hier sind noch sapelings sapelinge alter ist der baum groß wie komme ich darauf am besten hier so lang voll einer auf tarzan am machen hier gerade ich bin dort dut dit ok nein nanana na 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 da geht's abwärts Graz und jürg lol richtig schön auf mat gelegt läuft mal hier oder auch nicht So, dann haben wir hier alles weg, ne? Jao, sehr schön. Müssen wir jetzt wieder da raufklettern. Oh. Das wird so gar nichts, oder? Ne, da legen wir uns nur wieder aufs Maul. Das ist nicht sehr kontraproduktiv, würde ich sagen. Wir essen erstmal was. Nicht, dass wir hier Glöckchen unterfallen und dann ist er tot und so. So, ich klopfe hier mal fröhlich ab. Oh, hier ist noch ein dicker Barken. So, so. So, huch. Wir können uns ne Eisenachs machen gleich. Äh, ist zwar doof, dass wir jetzt hier runter müssen, aber... ...wirft ja alles nichts. Dann machen wir das später weiter so. Ähm, wir wandern mal da rauf. Und knippeln mal hier das Gerüst weiter. So, 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 so. Ich hatte auch noch die Idee, wie das wohl so wäre, wenn man den macht. Meischer. Den. So, dass das so ein bisschen fachweltmäßig aussieht. Die müssen wir dann unten halt nur noch ergänzen. Zack. Ich glaube, das kommt ganz geil, ne? Zack. Oder brauchen wir denn unten diese schwarzen Stämme halt noch? Aber die gibt mir doch der, äh... ...der Holzfäller, ne? Unser Holzfäller. Der hatte doch immer so einen Holz, kann das sein? Oder bin ich jetzt doof? Ja, bitte nicht sagen, aber... ...häh. Alles schon. Zack. Dann da noch einen. Und da noch einen. Und dann nochmal den hier. Guck mal, dann kriegt das alles so ein bisschen Fachwerk-Style. Das ist auch nicht verkehrt, finde ich. So. Äh, so. Müssten wir quasi hier auch den machen, ne? Kann das sein. Haben wir mal mit der Erde? Haben wir nicht. Das ist schön. Oder auch nicht. So, so, so. Den reißen wir mal weg. Ne, das, äh, muss da hier nicht so mit dem Balken, aber... ...an den Ecken machen wir das. Ich glaube, das kommt gut. So, 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 so. Ähm. Loi. Loi. Wie ist denn das unten da? Ich glaube, da haben wir die Mauer bis da durchgezogen. Ach, da sind gar keine Stämme. Äh. Loi, das hätte mir auch mal einer sagen können. Ich guck mal das gleich mal von unten an, wie das dann aussieht. Nicht ganz so creepy, hoffe ich. Creepy hollow. Ach, ich lass das so, glaube ich. Lalalala, einmal gucken, bitte. Lüe, kann man machen, kann man machen. Das kann man machen, hör mal. So, äl, Stone, dekoble, brauchen wir jetzt in Unmengen. So, so. So, so, so. Hier, den können wir wieder vergreißen. Der verwirrten. Nein. Nein, 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 nein. So, und so. Und so, und so. und dann hier noch mal ganz schön lang die Wand hier kann ganz da gibt es ja nichts zu sehen lol ich habe mich einfach nur daneben geballert gerade die ganze Zeit geht bei mir nichts sehr viel offensichtlich nicht so genau zack, zack, zack zack, zack und wir bauen dann noch eine Menge, Menge Sand so, äh, so und noch eine ganze Menge Kobbel auch auf jeden Fall kabeliger Kobbelstuhm da 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 lol, ich habe kein Dings mehr kein Stone Dekommel ne, was ist mit hier auch mit äl da oh, da haben wir schon einen 53-Stack das hat gerade irgendwie gebackt, kann das sein? oder war ich nur bunt? kann natürlich auch sein ja, hoch die Wand nach, äh, hier da kann auch eigentlich zu, ne, oder? und machen wir dazu vom Fenster, aber hier machen wir zu, komm, da haben sie nichts zu sehen nisch zu den wir haben das doch lalala 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 zack, 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 zack ab in Sack und so so, hier kommt so ein, äh, Fenster hin die ich wichtig hier ja das ist mal haben die Grundmauer die Stadt auch die Bomber noch in dieser Folge das richtig das ist richtig ne? Ja, oder? Ja so, so, so und so, so hier, hier Scheiße, ich hab kein Material mehr zum dahinterbauen ist eher wenn eben das so ich glaub die Treppen reichen auch gar nicht mehr, ne? Ah, na, na und noch eine eine Treppe fehlt wieder, ist so klar weißt ja wie's ist aber so ist das gut ja, dann kommen wir hier gleich auf den Balkon raus ich glaub das passt tschak na gut liebe Freunde, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bis hin und tschau mein Pfau und dann frag mal noch mal bin glue alles alles die Vielen Dank. 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 Vielen Dank.